Sie warten ganz geduldig auf Ihre Chance, vielleicht müssen Sie das Tempo haben. Volland! Der Ball ist im Netz und jetzt liegen Sie vorne. Gute Flanke, aber Sie können trotzdem klären. Dominic Korn, super gemacht vom Torer. Defensive ist gut organisiert, da kommen Sie nur schwer durch. Volland! Kaiubi! Függen! Tolle Aktion vom Tor!